Ich streiche Liebenkernbelohnung ein. So, hier habe ich noch mal einen Stein gefunden in Viet und ich habe auch schon herausgegeben, wie man da hinkommt, glaube ich, und zwar guck mal hier, wir sind so Schalter versteckt. Ich bin daran ziehen mit der Macht. Ich wollte nicht darauf losgehen. Aha, also ich darf hier auf der anderen Seite, da wir einander. Ja, hier konnte man auch rein sehen, nämlich. Okay. Zwischen den Säulen. So, da will ich noch mal kurz hier zurück. Da hinten habe ich auch noch was gefunden und ich glaube, ich will da eine Rätsel nochmal versuchen, wo wir hier diese Blumenkästen ja anordnen können. Weil ich habe so ein Gefühl, vielleicht habe ich da auch eine Lösung. Mal schauen. Wenn ich dann schneide ich dann einfach aus. Na ja, dann werdet ihr nicht sehen, wie ich da vermattelne. Aber ja, irgendwo hatte ich hier am Anfang. Ups. Irgendwo hier am Anfang hatte ich einen gefunden. In der Nähe des Hangars. Ich muss mal kurz dahin gehen. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig lang gehe. Wir sind übrigens überall so ATS-T ist jetzt ja am Umlauf neue Republik-Versionen von denen. Ein bisschen komisch. Ich habe brennt schon hier voll hochgelevelt. Ja, und ich bin immer noch voll angekommen. So, hier habe ich nicht was gefunden. Hier habe ich schon wieder so ein Rätsel. Oh, Mann. Wird mir noch gar nicht angeguckt. Ich dachte eigentlich. Äh. 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 Ich muss euch nochmal danken, dass ihr mir geholfen habt. Geonosis zu verlassen. Oh, du bist das. Meine Studie, das geht richtig fort. Tja, wenn die Drühe nicht draufstehen, dass ich hier treu übersetze. Da kommt das nicht zu einem günstigen Zeitpunkt. Ich war gerade meinen neuen Gehren-Test fertig. Wollt ihr es ausprobieren? Oh Mann. Muss ich denn hier machen? Muss ich hier wieder so ein Ding hier? Ja. Ja. Woher soll ich bei der Reihenfeuer rausgehen? Irgendwas hier. Aber welche Dinger nicht machen? Nicht nach meiner Größe beurteilen, du mich sollst. Ja. Ah. Kann ich die Dinger nicht kaputt machen? Aber komm mal da. Ja. 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 Da verstehe ich glaube ich. 14. Hier muss ich vier. Ja. Ja. Da nehme ich an. Ja. 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 und hier ist zwei da muss bei den anderen dingen auch irgendwo ein hinweis sein davon nicht richtig warum nicht so leid ihr seien ja zwei und das ist die drei ich dachte ich hatte es ist auch richtig macht ein ding was er hier für ihn ja da haben wir da mal gar keine 34 und 22 34 ich weiß eigentlich nur kurz so ein paar steine hier reinpacken so nebenbei aber jetzt sitzt hier schon so ein ganzes ding er müsste hat ja eigentlich klappen 4 und 2 wenn man die einfach also rotiert dann ist ja klar irgendwann kriegt man die nicht gelöst das sind fasziniert werden wie eure stirn grund zu neuen lippen geschützt habt als ihr lasst euch nicht nur zu nehmen durch den preis hast habe ich schon sondern wollte ich hier mal da mit dem rätsel machen ich meine die haben alle irgendwie so eine bestimmte reihenfolge mal hier sind alle in einer reihe also ich meine hier musste alle in einer reihe machen da ist da kommen jetzt alle so wir haben gejubelt gerade also war richtig okay hier nehme ich an in jeder reihe darf nur eine farbe sein weil hier ist gelb blau rot und grün also nehme ich mal an das geht ja nicht doch da wird noch nicht die richtigen reinpacken oder blau nein blau hat man schon glaube ich ne blau kann man noch ein packen dann kommt blau ja ich kann ja auch gar nicht mehr rausnehmen auf der seite naja so muss das ja nicht sein sondern kommt da grüne mein ich hatte letztendlich schon versucht grün dann da oben kommt gelb würde ich jetzt warten kein jubel wieso nicht heute habe ich ja falsch gemacht warum kommt jetzt gerade mehr dran ich möchte jemand der gleichen reihenfolge sein gelb blau rot grün gelb blau gelb blau ja kommt hin da ist hier gelb blau ich habe ich gerade so eingepaschen dann hier noch hier auch wieder eine reihenfolge nämlich an hier auch so genau in der gleichen reihenfolge so war dann müssen wir ja blau gelb rot grün rot grün blau gelb ja da wieder irgendwie ich habe irgendwie so guckt welche farben sind jetzt hier nicht in welcher reihen aber da habe ich gesagt blau gelb und im blau gelb rot grün blau da müsste jetzt eigentlich sein klubbleim mit balkonkästen 68,9 cool mehr habe ich hier nicht gefunden so was ich auf annieb lösen kann also ja ich sehe euch wenn ich wieder was finde du bist gleich okay ich habe ja gerade irgendwas kaputt gemacht naja lagen irgendwie so kaputt machbare sachen hier irgendwie sowas und auch soll ich mich als er verkleiden oder war er hat ja irgendwie so eine quest weil er hat ja irgendwie sagt er will jemanden sehen der irgendwie genauso aussieht wie er oder die gleiche uniform trägt naja und jetzt haben wir hier klappt hat anziehen da ich noch mal dann oben der oberteil ist der geisterte legen wie ein ding ist die sich verwandeln können anziehen können entschuldigung ich dachte ihr werdet der neue rekrut da unten links dieses training machen genau und hier so ist man wenigstens hat irgendwie eine option ist ja ich wusste gar nicht da geht habt ihr endlich den weg hierher gefunden neuling beginnen wir mit dem training darf morgens hier mit davon habe ich ein mikro dingen vorhin freigeschaltet als ich darf mauls level noch mal gemacht habe ich habe nicht den richtigen charakter für sollte gerade ich nehme irgendwie jemanden blaster wir sind so komisch zu steuern noch einen schuss abgeben kann kann ich mal jemand anderen nehmen kurz ja ich habe immer ein auge auf das königshaus von naboo noch mal zu als teil meiner pflichten als leitwächter nicht darum zu können aber nochmal jetzt mit einem vernünftigen waffe nicht sind elektrostab vielleicht aber mit den dingen aber schießen kann ich habe kann ich erinnern die gesehen zu haben wieder geschossen haben mit dem film ich war einfach den er machen in dem stand ich so genau sei ja glaubst du sie wissen einfach alle ja los geht's darf morgens zymeter welchen nicht wahrscheinlich erst mal wieder kaufen muss ja okay aber wir haben ihn da ist doch mal schön gut immer weniger so wie gesagt sehe ich wieder wenn ich was gefunden haben also bis gleich ich gefragt wie man reinkommt jetzt habe ich gefunden ich dachte dabei natürlich da sucht was aber nee es war nur ein schalter aber schön da ist es werden immer weniger hier sagt der kunde zeigt mir was ich will oder belästigt mich nicht weiter da irgendwann mit ihnen hier machen oder beeinflussen ich muss ich für ihn tanzen oder so das war sogar richtig da hätte ich auch glaube ich viel eher drauf kommen können habt ihr ja schon mal beeinflusst habt ihr doch schon mal beeinflussen mit dem getanzt aber ich wusste nicht okay haben wir ja schon ganz schön viel gelehrt hier mal 12 irgendwie hier was ich wollte das ist ruhig mal nach dann ist einziger da muss man schottsammler haben glaube ich irgendwie sehe ich nur zwei hier müssen aber noch vier seien irgendwo da ist noch einer da ist der der da oben ist irgendwo ich weiß nicht wo dann der andere ist da oben bin ich blöd ich meine ich hatte ihn eigentlich schon eingesammelt aber ich hatte erwiesen schon mal versuchen dann versuchen wir jetzt wieder nicht so schwierig aus und sie haben zum weg ja genau ich konnte das ding ich irgendwie da drauf packen aber irgendwie gebackt oder so ne ich glaube irgendwie so war das ne so das tut er jetzt nicht so schwierig aus dem weg schon mal drei millionen ja irgendwie weil nicht so ich darf auf mordslevel gemacht habe ich irgendwie so 1,5 millionen oder so bekommen oder weit weniger ich weiß es nicht war da ist einer hey nur in da oben nein das ist auch noch einer sich gerade jetzt mal hatte ich die wohl nicht gefunden herunter da ist mein ding ich stecke mir einfach auf meine treppe so da würde ich da hin das müsste ich eigentlich erreichen eine mann irgendwo noch einer jetzt sagen wir nicht hätte die näher anbauen sollen das ding steht da extra dafür da wenn man die an aufpackt oder so jetzt nicht ach komm es gibt es jetzt nicht die alle wieder erst mal darunter holen dann packe ich euch eben hier ja nicht unbedingt darauf packen noch auch einfach so als komisch aus sind nur so bauen damit ich dauert auf klettern kann dann tue ich wahrscheinlich nur so eine kiste drauf packen wenn ich habe ich reiche dann geht mir doch nicht das ding also vor damit ich da drauf packen muss ja guck mal hier muss ich ja drauf packen wenn ich das sowieso da ist ja irgendwann ich finde jetzt hier wahrscheinlich nur eins pass auf 80 prozent cool da habe ich gesagt eine ist ja mit schrottsammler irgendwie zu erreichen ich weiß nicht wo die anderen beiden sich noch befinden müssen ja auch irgendwo jetzt ein war ja noch nicht wo die sein könnten ein palast war glaube ich auch schon alles für dich naja wenn mir unsicher wo das sein könnte dann werde ich schon irgendwann finden irgendwann betonung liegt auf irgendwann keine ahnung da ist ja der mann nur mit einem schrottsammler erreicht da muss man irgendwie so hoch klettern der einzige der mir jetzt noch einfällt und andere wird mir auch gar nicht angezeigt sehe ich gerade mit mir noch hier der angezeigt vielleicht kommt dann noch nicht gleich muss erst mal so neben quest machen oder sonne sieht so aus als wenn man mit fiet hier fertig erstmal cool nicht sehr schön dann sehe ich euch auf den nächsten planeten wo ich mich ein bisschen weiter umschauen wir machen jetzt hier so ein bisschen erkundung ich schneide euch so ein bisschen rein wenn ich irgendwie was sehe was ich wo ich denke dass ich irgendwie was da machen kann oder so oder wo ich die lösung gefunden habe oder so und ja natürlich war auch noch ein bisschen so was geschafft ne ja du mit mir ich soll da vielleicht mit diesen leuten ja reden die noch so die sieht man die auf die karte weil diese sprechblasen auf die karte habe ich glaube die geben ein immer gerüchte ich habe auch gesehen bei den herausforderungen hier wo ich den weg wieder dahin finde die herausforderungen hier zum beispiel hier da kann man nämlich nachgucken das ist nicht das wieder herausforderungen herausforderungen und herausforderungen weil hier steht nämlich hier kann man die normalen nachgucken und hier steht man weil ich erledigt habe um die zu bekommen aber für die die ich nicht habe wird hier unbekannt angezeigt und ich nehme an die kann man dann kaufen und dann sieht man irgendwie so ein tipp und dann kriegt man den oder erwarte ich erst mal bis ich das mache ne warte ich erst mal bis ich noch ein besseres einkommen hat ne und ja ich habe schon drei millionen ich weiß aber es kann immer noch besser werden deswegen warten wir erstmal bis ich da noch ein schnelleres besseres einkommen bekommen gut ich sehe euch auf wo auch immer ich als nächstes hingehen also bis gleich ich habe die perspektive okay damit haben wir jetzt von dem ding alles klar der ausgezeichnet war auch fast alles hier so ich wollte mal gucken ich bin mir ziemlich sicher wie gesagt als heute schon wieder der einzige stein der das auch noch einer damit ich auf den hier gleich mal machen ich wollte einfach mal gucken ich nehme jetzt nicht an dass ich jetzt schaffen werde aber ich will mal versuchen da gab es einen so in der distanz aber ich glaube mit django werde ich nicht erreichen viel zu weit weg ok da guck mal was auch immer der da hinten ist und dann sehe ich euch gleich so ich bin mal kurz hier gerade durch die karte gescannt und ja man kann ja auch die karte hier von innen mal anzeigen lassen und ja ein stein entdeckt mich nur noch wissen wird ist hier ist da also irgendwo ein stein noch anscheinend ich da rein oder mal irgendwo jetzt war es war da ok irgendwo da habe ich auch schon gemacht ich werde ich manchmal nicht speichern oder wahrscheinlich damals war einige rätsel sehr ähnlich sind es für geld mit steinchen wir sollen die dinge ja sein ja wir haben stein holen so gleiche situation wie vorhin ich habe wieder den hier gemacht und warum hier ist auch noch irgendwo einer das genau hier im ecke ich bin ja wohl echt noch nicht reingegangen wo es hat man eben nicht mehr annehmen da guck mal dass ich was irgendwo ein knopf drücken und da wurde an meiner aber gerade gehört da wurde eins meiner video geändert fertig geändert alles muss raus was passiert ich könnte hand anlegen das kann doch ich glaube hat schwierig hat von mir verlangt dass ich jener drauf packen ja dann gibt mir noch nicht so ein anderes ok cool das hat kommen wir direkt so hoch jetzt wenn ich nicht hier immer rein und raus schneide wird ja nichts wenn ich euch hier aber wortwörtlich eine minute später nachdem ich den anderen ja gefunden habe so ein einer ist ja der den ich nicht erreiche netzwein aber ja alles noch mehr als was ich erreichen kann das war dann habe ich aber gesehen und zwar müssen wir dann noch kurz nach kann ich mich direkt zum ich kann mich nicht direkt zum jeden die tempel und da habe ich eine quest habe ich gefunden so eine weitläufige request hier mit jedem tempel der 1 schwarze der 1 schwarze 1 da ist mir direkt noch mal hier einsteigen damit ich hier zum je tempel komme da habe ich eine quest gefunden die kann man direkt auch annehmen ich wollte eigentlich so separat machen aber man sollten dann ich weiß nicht man soll ich da mal da kann ich ja direkt auch hier machen direkt zu mir geflogen alles klar aber ich liebe es für die ganzen dinge auf mich zu geflogen kommen schon die hälfte hier erreicht von was ich brauche sehr gut und zwar hier haben wir sie hier sehr ist glaube ich jahre oder johle oder irgendwie so hat ne ist auch hier glaube ich mitglied vom rat ich bin schon jede meister und mitgliedsrats was dann bin ich auch gut nur ein echter krieger die kraft und den willen den drachen zu besiegen bist du ein echter krieg das klingt nach einer sehr out of character mission von einem jedi das ging jetzt nicht irgendwie nach irgendwie eine mission die ein jedi eingehen würde so du willst beweisen dass du das zeug zu ein jedi meister ein drachen für mich klar warum nicht jemand der ist in der wüste wird ich komme ich wissen doch so ein ort den ich hier absuchen kann und so das ist so eine out of character mission die mir ein jedi geben würde ne aber hey wir kriegen wir kämpfen mal gegen krate drachen cool gerüchte freige schon wart ich gewacht okay na gut da legen wir einen drachen um zu verweisen dass wir das zeug zu einen echten jedi haben natürlich ich glaube da habe ich hier und spieler ist ganz schön weit da haben gerade erst gemerkt jeder typ heißt t1 pp also tipp das ist mir jetzt das aufgefallen aber irgendwo ein speeder oder so ist dann schon bei gut dann laufe ich eben über meine laufgeschwindigkeit erhöht gab es da nicht irgendwie ich meine ich habe da irgendwie gehört müssen die mandalorianer nicht irgendwie so eine krate drachen erledigen irgendwie so eine prüfung abzuschließen oder irgendwie so weit kann ich ja mit den serien nicht aus die ganzen serien nicht aber ich meine die müssen irgendwie so ein riesiges monster erledigen so als prüfung oder so ne ja es geht probleme damit den schluchten kracht nach seiner höhle zu locken versucht es mal mit tanzenden taschen räubern das ist ein rotes tuch für drachen wirklich war wenn du zum tanzen bringt wo der drache es sehen kann stürmt er auf dich los aber wer will das schon alles klar weil ich schon was zu tun hat da muss ich hier so ein taschen räuber finden ja ich kann mir schleich nicht mehr drehen so wirklich ein schluchten kreid drachen jagen wie war es mit etwas weniger tödlichen bombbraten taurücken ja weißt du was sagt ja wolltest du gerade ja war sein ok da wo finde ich mir einen taschen räuber müssen wir ab der drache soll er auch sein muss ich erst mit denen allen reden wie ihr wollt freiwillig einen schluchten kreid drachen begegnen habt ihr einen sonnenstich ich rate euch lieber den kopf in den nächsten wasserdruck zu stecken ein heiz auf die orte problem muss man auch gegen erkämpft nehmen müsste man auch aus einer höhle raus locken schluchten gräder lässt sich nicht aufblicken aber wenn doch damit der meister drüben und du musst das ist seine höhe sein wer dorthin gehen wollte gerade ich euch vor schon mal ein testament zu machen ja so ich soll soll taschen war hier ja doch müssen kann man so raus gehen da hinten sind glaube ich tasten räuber naja ok ja ja was sind dafür eine choreografie great rache cool also was hier sachen auf dich werfen gar nichts an schaden man kann ja irgendwie erhöhen hat der schaden erhöht wird durch sowas ob sei was hat hier ich mache gar kein schaden alles klar da ist als wir hier die prüfung die liste von kit fest ich war mal noch jemanden anderen hier vielleicht geht ja vielleicht geht auch viel los ich bin aber überrascht wie weit ich das ding schmeißen kann man blicke zurück in ja juli survivor wo ich immer irgendwie ein paar zentimeter zu weit entfernt war irgendwie leute mit links zu treffen ich habe alles anvisiert noch nicht ich möchte den drachen stück und jetzt an joda ab nein nein ja 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 du bist hier ja okay meine schwester ich habe deinen sieg über den schluchten kreip drachen beobachtet ein sieg errungen nicht mit kraft sondern mit weisheit alles klar ein drachen zu erlegen zeugt von weisheit faszinierend einen weiteren weg und deine taten ich könnte ein buch über dich schreiben ganz für den nacht ja da ist natürlich auch wieder als kaufen ok cool sie haben glaube ich irgendwie in der serie vorne ich kenne sie irgendwie irgendwie hat sie mit konto oder so oder konto hat sie ermordet oder irgendwie sowas irgendwas da passiert mit denen gott also cool und meine mission ich bin ich auch nicht schlecht möchte ich mal nebenbei hier noch ein bisschen umschauen vielleicht bin ich aber also bis denn irgendwann so habe ich auch tätowin ich habe irgendwie was gefunden ich bin ungefähr hier noch zwei steine glaube ich glaube da oben kann ich irgendwas machen auf diesen ort habe ich noch gar nicht irgendwie gefunden 126 ok aber mal sind wir alle hier auch mal nach kommt man die da oben kann ich doch locker ziehen wie komme ich da oben hin so bestimmt irgendwo bauen da sage ich doch da sage ich doch nicht so schnell war ja 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 aber ich muss sie eine bestimmte reihenfolge erzielen ok sehen da war das feuer ist alles klar und jetzt hat feuer ja sie an den vier her wenn ich muss dann sexy wenn sie sich waren da oben schon sagen ich werde mir hat die kamera sich ja so festhakt irgendwie ich will sehen was hier neu ist und anscheinend nix höchsten wettkampf ok war die kamera ja ich glaube irgendwo auch noch weit ich weiß nicht wie man da hinkommt wenn man der kaputt machen zum aufbauen ich weiß es nicht ich habe mich da gehört hat so wieder der richtige weg war ja ja ein ja 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 ich kann ob ich dir mit jango zu war gehen ne also auch wir nicht mal für geld wo ich habe ich da locker wenn er mal springen würde okay ich kann alles mit allen anderen karakter machen irgendwo ist ja ein schlüssel sich noch karte irgendwo wo jetzt ein schlüssel da oben aber ich weiß nicht da ich hier schon wo ist mir der ort hinter mir da ist nicht gerade sagt sich darunter ja wird weiß nicht da habe ich doch schon mit der red marie kann er musste auch über der dd sein was ich machen kann ist der fahrer kann ich den fern irgendwas machen und kaputt machen kann veröffnen kann ich weiß nicht wir haben ein paar sachen gefunden wir haben das aus hier aus nach 5 jetzt hier aus 17,5 ich sehe euch wieder wenn ich finde bis gleich ich kann eine lampe ausmachen okay ich kann eine lampe ausmachen das ist gut und da muss ich wahrscheinlich das was ich mal gucken ob hier noch mehr von denen finde dann komme ich bestimmt da rein da ist noch mehr solche terminals finden das wird dich okay reden wir über die bezahlung also noch immerhin stadt was ich hier alles übernehmen okay so ein schwenker danach habe ich zwar nicht gesucht aber okay ich bin eigentlich auf der suche ja irgendwie sich lichter auszumachen da habe ich schon geöffnet noch mal zu sagen fokussieren wir uns mal auf die quest wie ich sagen ich wollte auch geld also diese neue fitnesskur überhaupt nichts wo ist er da war tatsächlich hat er dafür aus ich glaube jetzt gestorben hätten wir so viel aus ich bin nicht getroffen das spiel oder so ein bisschen auto ziehe mich irgendwie dahinten zieler gefühl abstellen da schön eingepackt ausgezeichnet so nächstes teil gut aber wir sind etwas jedoch von gerade so in der raum schlacht von von camino abgesehen auf bete mir noch ein charakter aber irgendwie da macht man wahrscheinlich das dinge aus aber da komme ich nicht hin da komme ich doch hin pass auf komme ich dahin am jetpack er war schon schott sammler kann ja eigentlich alles aus dem weg gehen aber keine schottsammler man kann irgendwie alles mit dings machen kann ja eigentlich alles umgehen ohne schotter zu benutzen da habe ich euch ausgemacht da habe ich ein schlüssel da muss ich einfach okay dass wir so ein old school nes controller und der hause wo rechte ecke ich wollte eigentlich nur hinkommen und einfach mehr nochmal dieses rätsel anschauen zu gucken ob ich da irgendwie gelöst kriegt man scheint habe ich noch eine ganz andere menge sachen gefunden naja stück er tut so ein bisschen auto eben so hängt so ein bisschen so zurück als es wird irgendwie so ein gewicht am einen faden kreuz und wieder stehen da gefällt mir nicht mal abstellen nachdem ich mal diesen diesen clip hier aufgenommen habe hier versuchen wir abstellen kann das wird schon nervig und sich aus seiner quest da muss ich über das rätsel lösen und ich weiß nicht wie man löst also mehr tipp geben gleich machen wir jetzt mal die eine mission von der ich weiß wie man die erledigt nämlich einfach nur tötet das ist doch einfach ich mache schon ist hier eigentlich ich da einfach nur doppelsprung machen gefühlt müsste einfach nur doppelsprung machen ich betrachte es als teil meiner pflichten als leibwächter nicht darum zu können ich bringe da er leint hast du ein ding noch da kommen das schafft so locker nämlich ich bin schon bei sieben millionen da kann ich mir noch mal ein boden stück und da kommen wir da vielleicht schießt sich runter eigentlich könnte eine einstecken nein ich will ja gucken ich hätte ja gar nicht gesehen oder aber ich mir ein gewählt ja ich dachte irgendwie so ein haken von den anderen stehst nicht dort gehen wir die quest ab wenigstens das kannst du deinen eintritt machen aber soll man sofort totale appetit doch so ein schwanger mixe will nach der tortur nichts mal dran denken weil jemand irgendwie zu weit weg also sind schon gekocht und tot ok ja ich dachte ich bin noch ein karakter oder so freischheiten schade ein kopf gesehen fünf stück für immer noch im europa quiz gesehen ich habe es ganz blöd gerüchte sind ja auch noch ich sollte vielleicht mit den leuten reden vielleicht gehen die tipps zu einigen der rätsel da komme ich keine rolle machen irgendwo war da gerade eine kreis ich habe gerade irgendwie so ein grünes sprechplatz gesehen auf der karte gibt es da nicht das ist der bongo bingo jetzt was mein bha nicht an da kann man irgendwo eingehen warum ich ja ich finde ich wollte hier noch zufällig und gehen jetzt komme ich hier bin ich hoch aber gerade eine quest irgendwo gesehen jetzt ist auch noch einer weil ich ja ich habe doch gerade auf der karte gibt jetzt kann ich bin oder war teil der mission ich nehme eine partei der mission halt da da oh mein gott oh mein gott wir zwei oh mein gott direkt unter meiner nase wortwörtlich gibt es jetzt nicht so mein gott wir haben die tür endlich offen gehen wir ich auch noch so ein dinge ich abstellen konnte ich bin halt steingeil ok das müssen wir auch noch in der ausgangene muss dann wahrscheinlich die ganzen kuppeln da reiten hätte da zum beispiel erst mal gucken ok da muss ich wieder ich bin nicht gerade drin ne ach komm da kann ich doch locker mit der macht kann ich auch oder ja ich habe gerade gesehen wie ich damit interagieren kann aha gott wird er reichen ja auch immer alles ok und wollen wir dich gerade wieder angekommen er hat mir gedacht so jetzt gucke ich nochmal auf stadt blöde rätsel ja die lösung finde und durch hier so viele sachen finden so eine türe wenn ich mit ihre wüsste wurde ist so du bist da war ich auch noch gar nicht gerade hier weil sich hier während dieser session ja noch steine sind da muss ich irgendetwas machen erst mal einer drin muss ich mit ihm vielleicht das ding da öffnen ich kann auch nichts anderes machen außerhalb ich kann auch nichts anderes machen außerhalb warum dann seien keine drohe in den otto okay soll ich mit dem vielleicht schon gemacht jetzt sehe ich sich ja schon gemacht jetzt auch schon mal gemacht man hat ja nicht erst wo damals aber die große blase ist endlich kaputt da könnte man sowas von lauf hätten dass beim nächsten mal schon den den achtfachen bonus doch geholt habe was acht mal acht ist 64 naja da ich kopf 64 mal so viel steine das ist ein bisschen brauchen glaube ich aber schauen wir haben hier voll abgeräumt heute wird ja noch ein charakter und du mal wäre es auch noch einer irgendwie sagen wir haben ein paar gerüchte da bin also sprechbar sind dann noch gerüchte die ich habe das sieht verstößt aus er sie schickte gumgans auf spezialreise durch galaxis aber kein gumgans kommt zurück das licht nach ärger das ist ein wichsel borschen da hast du es in der ja hier dazu navigieren der brüste noch mal hier die ratskammer von denen von den kollegen dann kann ich aber da vorbeischauen das war gucken ich glaube wir haben eigentlich schon genug hier aufgenommen aber was soll es ein paar werde ich bestimmt noch mit so sachen füllen können also ich mache wahrscheinlich jetzt hier mal einen schnitt oder beendet im paris müsste eigentlich genug haben für ein paar und dann macht man nur ein paar mit zusätzlichen weil ich breiten mission steinchen suchen sein habe ich hoffentlich auch den bonus versuche mal irgendwie 500.000 auf screen zu holen irgendwie berühmte story mission noch mal auf screen keine ahnung und dann gucken wir mal was hier noch so finden dann können wir mit episode 3 weitermachen ich sagen was hast du diese folge ich hoffe euch hat diese sammelpart heute gefallen davon wird es noch mehr geben in zukunft spoiler und ja ich sag dann dankeschön und wir sehen uns in der nächsten folge wieder tschüssi kaufsge